Wir fliegen. Einmal zum Treff. Der ist da. Können wir doch gerade mal? Jawoll. Dauert ein bisschen. Geht ja schon recht flott, ne? Ist bereits entdeckt von Hello Games. Die kenne ich näher. Die haben mal für mich ein Spiel programmiert. Das hieß No Man's Sky. Ich glaube mein... Ja, jetzt ist es besser. So. Die haben jetzt da aber kein Hobalt. Ähm, alles klar. Ich wollte... Ich wollte... Ich wollte... Ähm... Da hin. Was soll das? Oh mein Gott, muss das sein? So lang? Nein, ich will... Nein, ich will... Der fliegt weg, den will ich ja gar nicht. Ich will was anderes. Ich will nicht diesen Konsolenspieler. Ich will den Treffpunkt. Wenn's geht nicht... Nicht... An diese... Dins Bombs. Ich weiß ja auch nicht. Ich bin zu dicht. Nicht... Also ich bin nicht dicht. Nicht falsch verstehen. Also ich bin zu dicht am Planeten. Ah, Kobalt. Wo finden wir Kobalt? Wir werden erstmal dahin gehen, um den... Und wir werden jetzt ganz sukzessive einfach mal die Punkte abarbeiten. Ich denke mal, das ist das. Was? Das ist doch Quatsch. Warte mal. So. Und jetzt nochmal. Okay, können wir das vielleicht? Nein, ich will Treffpunkt 2. Nein. Könntest du? Treffen 2. Nein. Ich wollte... Gibt's das das? Ja, das ist okay. Alter Schwede. 14. 14. Ja, das ist halt viel los, weil alle das da spielen jetzt, ne? Ja. Moment. Moment. Hallo? Bleib mal stehen, bitte. Und jetzt zeig mal bitte mal... Oh mein Gott. Bleib mal bitte stehen. Könntest du bitte... ... ... ... ... ... Ähm, der macht mich wahnsinnig, oder? Könntest du mir bitte mal dieses Treffen 2 zeigen? Da. Äh. Wir landen jetzt hier. Ja, sicher ist es ja frei. Alter. Könntest du bitte mal aufhören? Und warum fliegt der immer noch, obwohl ich... Hier dürfte doch aber eigentlich... Wo könnte ich denn bitte landen? Und wo ist dieses Ding? Hier, guck mal. Ach, Gott sei Dank. So, und wo? Ist jetzt... Aha, da lang. Können wir schwimmen? Wie viel? Geht's. Aha. Es ist kalt und ich schwimme. Das ist eine super Idee. Es ist einfach mal diese Station. Nein. Äh. Ah. Okay. Äh. Okay. Das ist schlecht. Geht das? Ach, Gott sei Dank. Naja, gut. Dann ist es so. Kobalt finden wir hier sowieso nicht. Was ist das da? Nichts. Wir tauchen auf. Was ist das da oben? Hier stehe ich jetzt. Hallo? Oh Gott. Man darf also nicht unbegrenzt lange... Haben wir hier irgendwas? Na komm. Ich würde sagen, was ist das? Ja, wir hauen hier ab. Ist das mein Raumschiff? Das sieht ein bisschen fertig aus, aber egal. So, dann suchen wir uns... Ey. 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 Ist mir egal. Wow. Okay. Wir schauen uns an. Nein. Nein. Zweimal Inventarplatz ist super gut. Habe ich. Aminokammer habe ich nicht. Ja. Zack. Oh, wie toll. Aha. Das bringt aber hier im Moment nichts. Kommen wir starten. Dann nix wie hoch. Und dann suchen wir Planeten. Warte mal. Irgendwas mit Tritium. Nicht, dass wir es dringend bräuchten, aber... Nee. Hier ist eh... Also, das wissen wir ja. Wo sind noch mehr Planeten? Ja, ja, ja. Was der P-Headman hat, ist mir relativ egal. Ja, nein. Nein, ich brauche erst mal Kobalt. So. Jetzt drehen wir mal um. Sehen wir noch irgendwelche anderen Planeten? Oder die Station? Was ist denn mit der hier? Außerhalb der Reichweite oder was? Ich weiß es nicht. Abhauen. So. Ja. Äh, ja. Nein. Hör auf. Nein. Warum wird dieser... Kupfer? Ich will jetzt gerade keine Bedrohung. Okay. So. Was haben wir hier? Ich habe das vielleicht... Gucken. Aggressive Richter. Wohre Richter. Aktivität ist nicht so schlimm. Haben wir noch mehr. Hallo. Kupfer. Kupfer, Kobalt. Kupfer, Kobalt. Da ist es doch. Wo echt... Welche Aktivität ist mir egal. Den schnappen wir uns. Kobalt ist wichtig. Jetzt ist die Frage, ob wir Kobalt finden als Ablagerung. Und der soll mich in Ruhe lassen. Ja, ja, ja. Ich habe keinen Bock zu kämpfen. Verstehst du das? Ja. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 So, und hier kriegen wir jetzt die Probe, bin ich mir jetzt sicher. Äh, ja, haben wir noch nicht. So, erstmal das. Natrium, 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 Wasserstoff. Äh, äh. Ja, also, ähm, viel einfacher geht's ja gar nicht. Das ist mir egal, ist eh immer alles richtig. Nein. Ich muss mal gucken. wie viel 1 2 3 wobei dachte ich mir das hochladen ist nur für einen mieten davon wir ja momentan erst mal genug haben wenn man überhaupt irgendwann mal irgendwas genug hat 2 von 7 sehr schön noch was da ist noch was da ist noch ein tier was wir nicht kennen noch eins wow das waren ja viele sind wir schon bei äh noch zwei selten unterirdisch unwirklich unterirdisch ja gut müssten wir einen dings finden das ist nichts oh das nehmen wir immer nichts gefunden atrium ist super das ist mir egal ich bin nur kobalt und du lässt mich kobalt holen damit ich mir ganz sicher ja guck mal hier war auch gut nehmen wir nichts gefunden war doch aber nichts was ich die sind ja alle unterirdisch so da ist aber jetzt wobei ich hoffe erstmal hier ja das nehmen wir erstmal mit das kriegen wir ja immer gut geht so das macht nichts dann schnappen wir uns hier mal natrium natrium ist immer extrem wichtig oh was ist das denn ein raumschiff das ist mir egal war das viel glaub ich nicht ne die karte ist die karte ist die karte warte dass jetzt